einfache frage gibt es den weihnachtsmann das reicht schon und du bist doch die weihnachtsmann müsse das will man mehr es gibt ihn und das ist doch das ist doch der der weihnachtsmantel also es gibt ihn doch den weihnachtsmann und mich gibt es auch ich bin der weihnachtsklon 11 ich weiß manche von mir gehört ich weiß ich weiß ich soll eine geschichte erzählen ok welche denn die schickt mir der weihnachtsmann ok gut wenn mir die schickt der natürliche ok ist klar machen wir mal ab wann kommt er denn weißt du auch nicht dann macht man doch ein bisschen ist ja noch nicht weihnachten da kommt er endlich da macht man noch ein bisschen vor zusammen folgt